Hey Leute, ich bin's Marco. Ich bin Sarah. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 13. Und zusammen sind wir CousinsTV. Das ist unser neuer Kanal. Wir wollen euch ein bisschen belustigen. Ein paar Challenges, ein paar Follow-Me-Arounds. Und ja, da hinten seht ihr schon Typen, zu dem komme ich gleich. Und zwar, wir kommen aus der Nähe von Frankfurt. Wir machen gerade Urlaub in Wiesungen. Gerade sind wir in... London. London. Nein, in London. Und ja, wir wollten gerne zur Vorstellung quasi, im Vorstellungsvlog, eine Challenge machen. Und zwar eine Kartoffelsalat-Challenge, weil wir uns ja gerade im Kartoffelsalat-Büro aufhalten. Und ja, darum geht's. Der Michael David Pate, der Regisseur von Kartoffelsalat. Peace. Möchtest du was zu dir sagen? Ja, ich bereite gerade eine ganz fiese Challenge für die beiden vor. Die wissen noch gar nicht, womit sie es zu tun haben. Aber zuerst einmal fühlen wir euch ein bisschen rum, wenn ihr schon mal hier seid, ne? Also, das ist unser Büro, wo normalerweise überall Leute sitzen. Wir haben aber Weihnachtsferien. Das heißt, gerade ist keiner da. Draußen scheint die Sonne, wie man sieht. Bald auch Müller so, die ersetzen die Sonne, damit es ein bisschen heller wird hier drin. Hier schreibe ich meine Filme. Oder auch nicht. Ich tue vielleicht einfach nur so, als würde ich arbeiten. Hier, könntest du gucken. Da, guck mal, sogar die alten Filme damals auf VHS aus meiner Kindheit. Zurück in die Zukunft. Jurassic Park. Buchhaltung. Ganz spannend. Schauspielergagen. Lohnabrechnung. Quittungen. Steuererklärung. Nichts geht ohne. Hier haben wir eins mit Torgi gesessen und gesagt, wir drehen einen Kinofilm. Hatten keinen Schimmer, aber rüber. Und ja, hier besprechen wir grundsätzlich alles. Auch die Frage, ob wir eine Fortsetzung drehen. Vom schlechtesten Filmen aller Zeiten. Weltweit. Ja, da haben wir ein cooles Geschenk gekriegt, wenn wir hier schon gerade sind, von dem Wacken-Team. Das haben wir auf der Premiere bekommen. Da bin ich ja ganz stolz drauf. Da haben wir alle eins bekommen. Der persönliche Wacken-Flens. Weißt du, was Wacken ist? Das ist ein Festival, wo man nicht duscht und nur Drogen zu sich steht. Das ist nur das größte Heavy-Metal-Festival weltweit. Aber danke, dass Sie das nicht fassen. So, jetzt müssen Sie euch weiter beglücken, weil ich mir erstmal zehn fiese Fragen ausdenken muss. Ich mache mit denen eine Kartoffelsalat-Challenge. Ich werde zehn Sprüche aus dem Film Kartoffelsalat sagen. Und wer als erster den Spruch weiß, also wer den Spruch gesagt hat im Film, der bekommt den Punkt. Und für den Verlierer gibt es eine ganz fiese Strafe, die ich noch nicht verraten werde. So Leute, eine Kleinigkeit am Rande. Und zwar, wir hängen ziemlich viel ab in letzter Zeit. Und das hat zu folgen, dass wir uns ziemlich auf den Sack gehen. Also, falls mal irgendwas passieren sollte, wir haben eine Regel. Eine Regel. Eine Regel. Wir dürfen nicht sauer sein. Ciao. So Leute, die zweite Kleinigkeit am Rande. Wir haben heute Silvesterabend. Noch eine knappe Stunde, dann beginnt das Jahr 2016. Und wir sehen natürlich heute alle gut aus. Ja, das ist ein bisschen Unterspannung. Das ist von vor drei Jahren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Damit würdet ihr uns einen Gefallen tun. Weil dann wissen wir, dass wir weitermachen sollen. Und ja, ich mach die ganze Zeit, könnt ihr im Video sehen, ich mach die ganze Zeit mit den Händen rum. Egal, ich bin ein bisschen nervös. Aber die Challenge kommt erst in ein paar Tagen raus, weil sonst wäre es zu viel gewesen für den Anfang. Ich blamiere mich auf jeden Fall. Ja. Danke an Michael übrigens. Sehr viel Dank. Sehr viel Dank. Danke an Michael, dass du uns so unterstützt hast, weil wir das sonst nicht mit den Tränen geschafft hätten. Mit dir. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ciao. Tschö.